so weiter geht's ich habe tatsächlich jetzt 17 minuten trainiert und mein pokémon ist nicht gestorben hat auch alles aufgenommen also verschneide ich dann bisschen was zusammen vielleicht aber auch nicht kommt drauf an und das ist mein papinella jetzt 15 geht es um also es hat neue attacke gelernt auszutun konfustrahl natürlich keine angriffsattacke damit es wirklich scheiße ist als item habe ich noch die sinne wäre gegeben einfach nur damit sie es halt und die stats verteidigung und spezialverteidigung sind unverändert und angriff sowie spezialangriff und initiativen sind gestiegen ja das ist es ist wirklich kein tank es ist ziemlich gegenteil davon es ist einzelner soldat ich schieße einmal drauf ist tot es gab auch mehrere knappe situationen im training zumindest was ich auf dem dowsinghof trainiert habe kann man den von hier unten ansprechen ich glaube schon was aber nicht genau wie sollte ich der erste kampf als arena heraus oder was ist es der erste für mich als arena weiter ach ach chloe chef chloe das gibt's nicht sehr büro jahle okay es geht sogar los ich weiß nicht konfustrahl kann man bringen muss man aber nicht ich weiß abgubbar ich bin verwirrt auch scheiße ich habe vergessen die animationen anzumachen ah mann komm schon alter ja ich heim mich per trank strecke mal vorgebelle das kann ich auch ernst sein ja toll das kann ich auch fucking ernst sein ich werde jetzt damit weitermachen bis es irgendwann mal eine komische attacke einsetzt junge junge ich kann nicht an aussetzer ja mann ich hätte nicht gesagt dass mir aussetzer irgendwas bringt in diesem spiel das kommt auf die tour ich dachte ich kann es nicht so schön einsetzen oder wie ich habe keine wahl ich muss drüber einsetzen f*** dich doch oh mein gott oh mein gott ich habe mir ein bisschen gegeben das war's mit der ultra random meister quadrat irgendwas challenge ich weiß immer noch keinen namen ich weiß nicht mal einen namen unterspiels ich habe verloren ja gut ich war von Anfang an so geplant dass es nichts wird aber es ist halt schon es ist halt schon hart belastend naja das war's dann tschüss 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 anh tschüss und